Musik 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 So, hier jetzt in St. Leon, ganz versteckelt hinten beim EDEKA. TV-ÜBREGIONAL ist hier und macht mal kurz einen Bericht. Stellen Sie sich mal bitte unseren Zuschauern vor. Ich bin der Markus Stöffler, willkommen bei Kochfische Regenessen in St. Leon und auf unseren Märkten über Regional. Und Sie sind hier in St. Leon beim EDEKA. Wann, zu welcher Zeit? Immer donnerstags nachmittags von 14 bis 18 Uhr. Leute, kommt vorbei, hier gibt es den besten Fisch aus der Region. Dankeschön. Danke Ihnen. Dankeschön. 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 TV-ÜBREGIONAL TV-ÜBREGIONAL